Funktioniert. Ich hasse diese... Also die Salesman-Attentäter sind schon heftig. Das muss ich schon mal sagen. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Oh mein Gott, hier kommt noch mehr. Und noch mehr Splurdy, Leute. Mehr Splurdy, be careful. Ja, be careful. Das ist super. See these? These are cool. I need these. Sterb! Ja, genau. Ich muss kiden, sorry. Aber wenn ich das jetzt richtig sehe, sind die Selbstwörter weg. Und damit bin ich hier etwas geschützter. Ja, ist klar. Ach der, komm, leck mich doch am Arsch. Alter. Ich baue einen Schluck zu trinken, Moment. Was ist denn da, die... Jetzt habe ich endlich mal die Selbstmörder geschafft. Du hast aber auch keine Möglichkeit, dich nachzuladen, sonst irgendwas. Also, puh. Oh, das ist ja übertrieben. Bisschen mehr? Ne. Wenn es nur ein bisschen mehr wäre, dann wäre ich ja motiviert. Ist ja nütz. Da ist er, sonst sind sie. Ja, ist klar. Funktioniert wieder gar nichts. Ja, gut. Lauf halt, du Arsch. So. Ich bräuchte eigentlich noch Munition dafür. So. So. Nehm halt die Waffe. Scheiße. Scheiße. Habe ich übersehen? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Komm schon, lad auf. Nein. Ach, leck mich doch. Halt die Klappe. Also, die... Ja, ich wünsche mir auch, dass du noch eine Kanone hättest. Ähm. So. Mal erst mal hier. Also, das hat ja schon mal gut funktioniert. Aber weißt... Äh, nicht, dass die einen noch reichen. Nee. Das müssen dann nochmal zwei zusätzliche dabei sein. So. Guns. Äh, Money mein ich. Guns. Guns. So. So. How can this be? Glones, attack! Woohoohoo! Now that was a whole lot of... Oh my god, here come more. Do not heal me, Glones. Head's up. We're slowly, guys. Yes, Bataboo. Be careful. Yes, be careful. Because that will be super clean. Yeah, yeah, yeah. Hey, and since they're by these guys in bulk? Ready for a fight? Scheiße, scheiße, scheiße. Wenn die mich einmal haben, dann ist es echt schwierig. Ja, genau. Und ich laufe natürlich genau noch in den rein. Ach, leck mich doch. Fertig fit. Entschuldigung fürs Einatmen. Ich komme da echt nicht weiter. Obliterate this abomination. What? There's more? Sweet mama. It's an orgy of destruction and chaos. Wow. Wish I had a third hand for my other gun. So. Äh, ich freue, dass ihr den Kampf jetzt hundertmal seht, aber... Leider geht es jetzt nicht anders. Die hätten ja nach dem Ding zumindest speichern lassen können oder so ein Schmarrn. Weißt? Finde ich also ein bisschen hart. Wo ist denn der eine jetzt? Jetzt ist der da oben. So, da drüben den. Den holen wir uns jetzt erst einmal. Naja, genau so. Okay. Dann machen wir die altgewählte Taktik wieder. Munition haben wir. Ich möchte ihn auch wieder kurz vorerstören, bevor ich da... Da ist... Bleibt halt doch da, du Arschloch. So. Munition ist voll. Dann stellen wir uns jetzt da oben auf. So. Und jetzt... Jetzt nimm halt. Oh, bleib in den. Sterb! Fick dich doch. Ich muss... Klar, Kaiden. Da ist ja noch eine. Ernsthaft? Zwei von den Viechern? Wenn die mich einmal erwischen, bin ich down. Da kann ich machen, was sie will. Scheiße. Ah! Puh! Was ist denn da, Kaiden? Das ist keine... Sag mal, wie soll denn das gehen? Die wollen mich doch verarschen. Das ist... Das ist... Jetzt werden die auch noch von denen geschützt, Alter. Jetzt leck mich doch am Arsch. Das ist doch echt immer feierlich. Ah, jetzt bin ich also vielleicht nur zum Hupfen. So. Ja, 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 ja. Lad auf, lad auf, lad auf, lad auf. Was sich die Programmierer dabei jetzt vom Spiel gedacht haben. Oh, wie mache ich dem Spieler das Leben richtig zur Hölle? Genau. Ich bin gespannt, was da mit dem Endboss ist. Wahrscheinlich, so schlägst du einmal drauf, kriegst eine Milliarde Schaden oder so. Oh, Mann, ey. Also, ich mag Deadpool wirklich, ja. Ich finde den Film affengeil und ich freue mich tierisch auf den zweiten Teil. Aber, ey. Beim Spiel haben sie sich kein Gefallen getan. So, ich mache jetzt mit Absicht erst die Fernkämpfer weg. Dafür, dass ich halt einfach besser kiten kann, weil die nerven mich tierisch. Es sind ja schon wieder drei. Das ist eine schlechte Idee. Das war eine ganz schlechte Idee. Da habe ich zu lange gewartet. Uh, ha. Oh, ne, man überlegt, man überlegt es sich, ernsthaft zu cheaten. Ha, ha, ha. Scheiße. Ja, wenn die dich einmal erwischen, die Nahkämpfer, hast echt ein Problem. Das ist echt nicht so einfach, weil die machen ja schon brutal Damage. Wieso scheiße, dass davon gleich zwei anmarschieren? Oh. Das ist ein Scherz, oder? Ach, leck mich doch. Wieso habe ich jetzt auf einmal so wenig Leben? Ah, jetzt mal. Komm, jetzt war ich so weit. Ach, leck mich am Anfang. Das macht gar nicht mehr Spaß mehr. Einen Schluck trinken. Ah, war falsch. Kann ich das Maschinengewehr ein bisschen noch verbessern, irgendwie. Das ist, erhöht die Feuerrate um 80%. Und hier. Was haben wir hier? Das ist okay. Blutungsschaden über Zeit. Das finde ich nett. Vielleicht wird es damit besser. Auf falsche Taste, oder? Kann ich bei den Spielverbesserungen was kaufen, oder sind die jetzt zu teuer? Die kosten 50, ne? Das haben wir hier, 25. Okay, also wenn, dann kann ich nur das hier. Selbst das hier geht nicht. Okay. Da kommen wir sie. Gut, dann können wir uns mal die zwei wieder vornehmen. Ach, leck mich. Das kann doch nicht sein. Nein, was ist denn jetzt los? Auf da rumzuschwänzen, du Arschloch. So. Aber mich ärgert es jetzt gerade eben, dass ich da gestorben bin. Er hat echt gut ausgeschaut. Ich hätte echt nur noch einen von den Gegnern gehabt und dann hätte ich mich um die Nahkämpfer kümmern können. Wo ist denn jetzt der Fernkämpfer? Das ärgert mich richtig. War unnötig. Wo ist denn der eine Typ? Ich finde ihn nicht mehr. Habe ich denn schon umgekehrt aus Versehen? Ne, oder? Ach, da kommt man nicht runter. Gut zu wissen. Ne, der schießt doch. Da oben schießt der die ganze Zeit. Hm. Ich muss schon wieder fast eine Stunde auf. Und habe eigentlich noch nichts geschafft. Da ist er. Hammer. So, einmal kurz aufladen. Dann gucken wir uns eben die zwei Herren hier. Oh yeah, you look like you need a beat. Ja, ja, klar. Erst kommen gar keine, dann kommen 10 davon. Das ist immer so. Die zwei töten sie sich auch nicht selber gegenseitig. Jetzt kommen wir da nicht raus. So, und jetzt beginnt wieder das lustige Spielchen, wie gerade... So, also. Ich glaube, die hupfen nämlich auch runter. Das ist mich dann ein bisschen nervig. Und jetzt... Und jetzt wieder nach... nach oben bringen. Oh scheiße, da oben ist noch... sind noch so explodiert Dinge. Alter, das ist doch jetzt nicht fahr, oder? Wieso kommt denn der von da jetzt plötzlich... Ach, leck mich doch. Das ist doch eine Verarschung ist das doch. Das kann doch nicht sein, dass du da nicht weiterkommst. Alter. Ach, komm ey, das macht doch jetzt keinen Spaß mehr langsam. Oh man ey. Das hätten es echt besser machen müssen. Also das ist schon... ein bisschen heavy gemacht, finde ich persönlich. Also... Ne. Also ich komme da... Ich kriege das nicht in den Griff gerade. Wow, ich wünsche, ich hätte eine dritte Hand für meine andere Räume. Jetzt funktioniert das auch nicht mehr. Weil stellen die sich auf solche Taktiken ein? Das kann doch nicht sein. Das ist doch... Klar. Was sind die jetzt? Da ist sie. So. Wo bleiben die? Da. Wie kann das denn sein? Clones, attack! Wuhuhu! Tun sie nicht, weil das hat man ja schon ein paar mal gemerkt. Also ich finde es einfach zu heftig gemacht. Nein, die nerven mich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, die sind super, ich mag die. Meine Besten, ja klar, schon wieder steht einer da oben. So, was soll ich da jetzt machen? Die hauen einen Schaden raus, wo du frecken durst. Und da kannst du natürlich nicht drunter rupfen, war klar. Ja, und jetzt bist du wieder tot. Nee, sorry, ich pausier das Let's Play jetzt. Also gut, bis die Folgen rauskommen, das dauert noch ungefähr knappe drei Wochen oder was. Vielleicht habe ich in der Zwischenzeit will ich es nochmal probieren, aber wenn nicht, dann mal schauen. Also ich check das nicht, was ich da machen soll. Ich probiere es demnächst noch einmal, aber ich kann nicht eine Stunde denselben Kampf aufnehmen. Also es ist ja Blödsinn, um mich jetzt da vier Stunden hinzustellen und versuchen da diese vier Dinge. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mal schaffen soll. Sorry. Nee, ich meine erst mal, ich pausier das jetzt erst einmal und keine Ahnung, mal schauen. Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch heute mal in der Tagesfassung. Mal schauen. Ich danke trotzdem fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.